Every day I'm shuffling, every day I'm shuffling Gut, dann ähm Geh dir mal raus oder eher nicht so Weiß nicht wie unser Team das so sieht, aber ich nehm mal ne Nachempfaffe Schöne Brechtszange, wie man sie kennt Und dann geht es auch schon Ich hab irgendwie Schiss Dieses Geräusch Einige der Biester sind mutiert Einige der Biester sind mutiert Yo, Hunter direkt mal Packt er mir direkt weg und los Lade Was ist das? Nein Es war zwei Sekunden bevor ich wieder hätte angreifen können Ich schaff das einfach nicht Was ist los? Ich hab ja da wer was zwischen Oha Oha, Entschuldigung Wer hat hier auf mich geschossen? Und meine Maus So ein bisschen Was wollte der denn? Ich hab ja nix gewartet Es war ja nix, ne? Fantastisch, Zombie Und da piepst mein Headset Und ich sage Nein, halt, stopp LOL Da war jemand auf dir Wie du da noch herangeglitscht kamst Also zumindest in eine Aufnahme Meine Aufnahme Du hast mich noch so über den Boden geschlittert sozusagen Das sieht ja richtig geil aus Das sieht ja richtig geil aus Oh, ist aber den Pfeier gelaufen Schieß mir das Ding weg Auch lustig, wie ich noch keinmal irgendwas Gutes hatte bisher Heheh Boah Wieso kann ich mich töten bevor ich überhaupt kotzen kann? Mann Wieso kann ich mich töten? Nein 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 Hilfe 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 Leute Ja, das hat ja gedauert Beine Sterne Wir schießen doch nicht aufeinander Ja, wir schießen doch nicht aufeinander Nehm mir einen Schuss Ah, Rake, du bist immer noch die Frau Die geht jetzt aber nicht so gut Oh, war ich doch froh Was? Wieso ist der... Wieso bist du nicht weggeboxt worden? Ja, weil ich den noch weggeboxt hab Aua Alter, ich bin immer die Tussi, die am meisten aufs Maul kriegt Ey, so, brennt alle Mit deinem Geschlecht, Alex Nein 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 Leute Hallo Hallo Tristan, was? Ich schlag mal nach Zeit zum Nachbelang Vielen Dank für diese tolle Hilfe Danke Hallo Seid ihr mir... Ah, vielleicht Immer noch Hilfe Genau, lasst mich doch zurück Was wollen die Scheiße Hallo Wollte mich verarschen Mit welcher Tasse schreiben wir nochmal? Y Mann, mein Team steht aus voll Sparkus, die irgendwie nicht wiederbleiben können Das ist so aber geil gerade Alter, Leute Leute Boah, Leute, mein Gott Sicherlich, sicherlich, sicherlich Hallo? Ich lieg da jetzt schon mindestens 5 Minuten Alter Ohne Spaß, ne? Alter Ah, okay, mein Kapitel ist tot Leider Glück gehabt, Junge Ja Schon viel besser Jetzt geht's gut Jetzt geht's gut Danke, mir geht's gut Danke, mir geht's gut Danke, der Allianz-Vorsorge von Akta Achta Achta Allianz-Vorsorge von Akta Komisch, mich töten sie sofort, als es um den anderen geht Aber bei dir Haben sie sich irgendwie... Ach, der ist... Ja, bei mir sind's auch Homos, ey, ganz ehrlich Zurückgelassen, ey Ich lade nach Lade nach Lade nach Fianjati Musik Ah, guck mal da hin Miau Ich lade nach Schlocki Komm her Ne Läust du jetzt mal gut oder was? Ne Ziel doch einfach mal auf die Zombies Ziel einfach mal auf die Zombies. Wie der den genannt hat. Hampelbein. Und Molotov. Wieso kann mich Joker töten, nachdem ich den schon mit als Smoker hier weggezogen hab? Voll behindert. Boah und wieder lebt nur ein einziger Typ von uns. Boah Sturmgewehr. Sturmgewehr, jawoll. Und ihr habt sogar noch eure Medipacks in diese ganz andere Scheiße da, ey. Mann. Ey, diese Runde wird richtig knapp. Ach, will der mal Pillen haben? Das ist ein Drogen. Na, Nikolai. Vielleicht kommt das Maul, ey. Vielleicht kommt das Maul, ey. Geil, jemand hat mir Pillen gegeben. Die nehm ich natürlich wieder sofort. Ja, weil du so ein Drogen hast. Ganz ehrlich, nimmst du weg. Leute, kommt ihr mal runter. Ne, ich warte mich, dass wir die Welle haben, weil dann kommt der Tank. Oh, Bobby. Ne, hier kommt keiner. Schade, hier kommt keiner. Wir haben eine super Stelle für euch. Lade, nein. Lade, nein. Lade, Lade. Lade, Lade. Lade, Lade. Lade, Lade. Wohin laufen die denn? Ne, 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 ne. Leute. Danke. Danke für die Hilfe von 2.0. Ne, ne Jockey. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Was machen die denn alle da oben? Die können sich auch mal ihren fetten Wachs bewegen. Also helfen tun sie jetzt schon mal nicht. Ne, tun sie wirklich nicht. Hast du gesehen, dass ist der Jockey wahr? Keine Ahnung, ne, hab ich nicht. Sehen wir mal oben. Ne, 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 ne. Wo, wo, stell sie auf. Oh, hier ist ein Granatler. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hey, hey. Ich hab irgendwie so ein ganz mieses Gefühl, dass so irgendeiner ist. Ohne, und. Aua. Jetzt werde ich auch noch weggezogen, Leute. Ja, alle wegge. Die Sau, ey. Weg, weg. Weg. Schön, dass du uns alle abfackelst. Vielen Dank. Ich meine, ich wette, in deiner Familie macht man sich auch, macht man das auch so. Ey, willst du denn eigentlich nur Witch sein? Wo sind die ganzen Leute, diese Special Zombies? Ja, weg, einfach weg. Ach, komm. Leute. Ah, ja. Ich hör was. Das klingt nicht gut. Meinst du mir so Tank mäßig? Nicht mehr so Tank mäßig. Zeit für ne AK-740. Ah, super. Naja. Immerhin. Loll. Na, Alex. Alter, wie viel Life hat denn dieser Tank? Ich hab den so ungefähr... Äh... Eingeg... Oh, alle außer einem down. Hilfe! Weißt du, Hauptsache der macht erstmal so ne ganze, komplette Runde. Ja, super. Jawoll, jawoll. Nein! Komm schon, jetzt belebs sie doch! Willst du wieder? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Okay. Hallo. Hallo? Okay, danke. Danke. Fuckin' Re... Hahaha. Hilfe! Ach, komm schon, komm! Ich muss mich kurz heilen. Grüfe! Danke! Oh, das tut gut. Lasermis, ich... Bloody Noob! Hallo. Ich hab mich mit vorhin auf dem Dafferboden katniert. Aber bleibe... Cola vergesst. Mein Abschluss. Wenn ihr... Fucking Ralexo. Hahaha. Beleidigen die dich? Warum? Moment, muss heilen. Hahaha. 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 Was heißt denn Flame eigentlich auf Deutsch übersetzt? Nochmal? Ich will das immer gerne wissen. Hä? Äh, ja, so... Ja, bisschen rumflamen, rumbeleidigen oder... Äh, rum, äh, sich aufregen, oder? Ah. Wat? Ich war noch nicht mal... Ich hab das nicht mal berührt und sprich schaden davon. Wahrscheinlich von der... Von der... Von dem Geruch, von der... Präsenz, von der Aura. Werd ich wahrscheinlich... Auf jeden Fall. Alte, ihr seid schon wieder fast durch. Wieder mit dem noch halbes Leben oder mehr? Erstmal Cola holen und so. Ne, also, ganz ehrlich, ne. Oh, erstmal... Rohrbombe. Das ist immer das Beste. Da haben niemand getroffen? Ne. Äh, äh, äh... Es war wohl nichts, ne? Ja, war wirklich nicht. Ey, irgendwie ist die Runde doch voll scheiße. Lol. Wir haben mich getroffen. Ey, ohne Witte hat er mich gerade getroffen. Der war nicht mal in der Nähe. Der war nicht mal in der Nähe. Der war nicht mal in der Nähe. Jetzt haben wir schon wieder einen weniger. Erstmal werde ich zurückflampt. Ja, unsere Leute liefen dauernd. Jetzt hat er ihm schon die Cola gebracht. Alter, lol. Da hat meine Maus mit dem 3-6 gemacht. Joooo, weg da, lol! Alter! Ich bin so gut wie tot. Okay. Ich hab's überlebt. Wer war denn? Der Charger, ey. Der hat nice Arbeit gemacht. Ich hab's gar nicht mitbekommen ohne Witte. Was war denn das? Alter, der hat mich so richtig weit weggeschleudert. уп? Leute. H Beat'em up. Ohne Spaß, ne? Das war ein bisschen fail. JOHN 먹어� it, check on the mic. Ugh,999! Ohne dann. Ja. Ich hab ich ein bisschen verkackt, weil ich wissen nicht mehr genau, ich. Ich hab das so lange nicht mal gespielt, ich muss erst mal gucken, wo ist die über Langaner... Langan, irgendwie. Gangnam? Wo ist die über Langaner? Ach komm, Mano! War wohl nix. Ey, Mann, das wird nix. Das ist voll scheiße. Und vor allem, ihr seid schon oft am Ziel. Ist das so? Ja, stimmt. Oh! Lade nach! Mädel, wir haben mal schießen. Mädel, wir haben mal schießen. Ich kann schießen, besser schießen als ich tue. Auf jeden Fall nur, dass ich Blüte aufs Maul kriege. Auf jetzt, ich will da rein. Ja, Alex wollen. Wer will das nicht? Ne, das war ja nix, ne? Oh fuck. Ja, jetzt komm rein. Alter, Mann, was bist du für ein Glück, ey. Komm rein jetzt. Ach, Glück gehabt, ey. Nur mit Glück. Grrr. Er schreibt grrr. Was heißt grrr? Fucking re... Ja, das kommt davon, wenn man hasst dich schreibt, ne? Mein Name ist auch schlecht schwer zu tippen und so, ne? Wieso beleidigen wir dich alle? Ich verstehe das gar nicht, oder was? Nein, weil ich, äh... Weil das ein Boomer ist, er hat ihn weggeschubst, aber ich hab ihn dann direkt vor ihm gekält und dann hat er so geschrieben, Oh fuck you! Und dann bin ich im Chat dann noch am Ende beleidigt, das war voll mit lustig. Ja, Alex, so sieht's aus. You first, Ralexo. Das ist ne gute Idee, leider recht. Ja, okay, das war wohl nix, nicht so. Alter, wie lange brauchen die, um uns zu helfen? Der hilft uns! Ey, die sind da drinnen noch und holen sich Waffen! Ey, das ist nicht der Ernst. Boah, die sind da drinnen und holen sich Waffen. Du bist grup. Du bist halt, du bist das für jeden Lied. Du bist du bist ganz Freund.